Wie kommt es, dass es uns irritiert, wenn wir auf einem Punkkonzert zufällig unsere Professoren treffen? Wahrscheinlich, weil wir sie eher im Theater vermuten würden, denn dies würde ihrem Habitus entsprechen. Meint zumindest Pierre Bourdieu, einer der bekanntesten Soziologen aus Frankreich, der aus einfachen ländlichen Verhältnissen stammte und sich hochgearbeitet hat in den Olymp französischer Bildung. Ein linker Denker, der die feinen Unterschiede in der Gesellschaft genau beobachtet und sich auch eingemischt hat, unter anderem als Globalisierungskritiker. Seine ethnologischen Studien zur Landbevölkerung in Algerien legten den Grundstein für Bourdieus Soziologie. Eines seiner Schlüsselkonzepte ist der Habitus. Der Habitus erklärt Geschmacksvorlieben und Verhaltens- und Wahrnehmungsmuster, die geprägt sind durch unsere Position im sozialen Raum. Diese Position wird bestimmt durch objektive Strukturen wie Einkommen, Bildung, Beruf oder auch den Wohnort, die sich in unseren Körper einschreiben. Der Habitus ist damit Ausdruck sozialer Ungleichheit. Er ist Leib gewordene Geschichte, wie Bourdieu es nennt. Ob ich beispielsweise in der Platte aufgewachsen bin oder in einer Villa, ob ich die Hauptschule besucht habe oder das Gymnasium, das alles beeinflusst mich. Traue ich mir nur Hartz IV zu oder sogar eine Unikarriere, esse ich lieber Pommesrot-Weiß oder doch eher Hummer. Alles eine Frage des Habitus. Soziale Ungleichheit ist eben nicht nur abhängig vom ökonomischen Kapital, sondern laut Bourdieu auch von anderen Kapitalarten. Vom sozialen Kapital, vom kulturellen Kapital und auch von unserem gesellschaftlichen Prestige als symbolischem Kapital. Unsere Professorin zum Beispiel, Gutverdienerin, reich an Vitamin B, hat viel gelesen und ist entsprechend anerkannt. Unsere Position im sozialen Raum hängt also davon ab, wie viel wir von jedem Kapital haben, auf welche Ressourcen wir zugreifen können. Und diese Position im sozialen Raum wiederum strukturiert den Habitus. Je höher die Position im sozialen Raum, desto größer das Repertoire an individuellen Handlungs- und Ausdrucksmöglichkeiten. So weiß die Professorin, wie sie sich in verschiedenen Welten zu bewegen hat, egal ob Konferenz oder Konzert. Und doch sind Profs unter Punks eher die Ausnahme. Die Wahrscheinlichkeit, sie im Theater zu treffen, ist nach dem Habitus-Konzept von Bourdieu ungleich höher. Und genau das haben wir verinnerlicht. Deshalb irritiert es uns als Studierende auch, wenn wir unsere Professoren auf dem Punk-Konzert treffen. Der Habitus ist also geprägt durch den sozialen Raum, in dem wir uns bewegen. Er strukturiert unser Handeln im Alltag und auch unseren Geschmack. Gleichermaßen prägt unser Habitus den sozialen Raum. Individuelle Handlungsweisen werden damit erwartbar und soziale Positionen gefestigt. Auch wenn sich im Laufe des Lebens die Position innerhalb des sozialen Raums verändern kann, bleibt der Habitus relativ stabil. Er ist gewissermaßen der Steilgeruch, den wir annehmen und nicht so schnell loswerden. Übrigens, der Plural von Habitus lautet schlicht und lateinisch Habitus. Habitus! Musik